Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem Trickgefarlo PvP-Guide. Ich habe mir gedacht, da ja gerade das Event läuft, wie ich das Video aufnehme oder vielleicht das Event war gerade bei euch, man hat sich jemanden einen Sichtfeilchen geholt, ich euch mal vorstelle, wie ich Trickgefarlo im PvP spiele. Wenn ihr Bock drauf habt, wie man Trickgefarlo im PvE spielen kann, also einen ganz normalen Terra-Raid-Bosse und den ganzen Kram, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mache dazu nochmal ein separates Video, etwas ein bisschen später, aber ich schreibe es mir auf. Für alle, die wissen, wie man im PvP spielt, wie gesagt, in dem Video erkläre ich euch eine Spielweise und auch Alternativen mit der Spielweise. Also man kann auch ein bisschen anders spielen, wie ich ihn spiele, aber das erkläre ich euch auf jeden Fall hier in diesem Video. Also wir fangen erstmal an. Natürlich Level 50 sollte die Mindest sein. Ich habe einen 75er, der bei mir aus dem 6 Sternen, ne 5 Sternen-Raid war bei mir, der hatte 5 Werte, sensationell, genau. Also Mind Level 5 sollte ich erreicht haben. Trickgefarlo selber ist Unlichtdrache. Wenn wir mal kurz gucken, ihr seht, zack, Unlichtdrache. Ich spiele ihn persönlich mit dem Stahltypen. Das hat aber einfach den Grund, da viele gegen Drachen-Pokémon, Feen-Pokémon einsetzen, konterig so gesehen mit Stahlangriffen. Da kommen wir gleich zum Moveset. Aber alternativ könnte man auch einfach in den Terra-Typ Stahl kristallisieren und damit den Konter so gesehen ausschlagen. Das wäre eine Option. Ihr könnt ihn aber auch zum Beispiel mit Unlicht spielen. Mit Drache würde es theoretisch auch gehen, mit Terra-Typ. Oder ihr geht auf Feen, um halt zum Beispiel den Unlichttypen und so zu kommen. Also man kann ein bisschen kontern. Also ihr könntet auch dahingehend sagen, ihr geht auf Feen, weil andere zum Beispiel Drache spielen. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Ich persönlich finde Stahl am besten. Das ist dann so nebenbei. Aber es wäre theoretisch gesehen auch andere Sachen möglich. Zum Item, zum Dragen kommen wir gleich. Vielleicht gibt es auch zwei Alternativen, aber die möchte ich euch gleich zeigen, weil die relativ ähnlich sind. So, Moveset-mäßig, Leute. Draco Meteor, Finster Aura, Kehrtwende und Lichtkanone. Wenn wir hingehen, ich meine, Draco Meteor ist eine 130er Attacke. Natürlich Genauigkeit von 90. Aber trotzdem, das ist halt ein Angriff, mit dem ihr sehr, sehr, sehr viel Damage rausballern könnt. Besonders, wenn wir ihn noch, wir haben ihn ja auf Spezialangriff gleich gepusht. Das zeige ich euch gleich noch. Und wir haben hier auch dann noch das Item, was eventuell einen Push rausgibt. Und damit machen wir schon einen verdammt guten Schaden. Wenn ihr natürlich trifft. Ich meine, das ist eine Sache von eventuell, könnte man daneben gehen. Aber es ist halt dafür da, um einfach rauszuhauen. Ist ein bisschen Glückssache. Natürlich haben wir hier auch, also der Spezialangriff sinkt natürlich stark. Also ihr solltet das nicht zum Spammen so gesehen die ganze Zeit nutzen, sondern auch ein bisschen halt einfach, um den finalen Schlag zu setzen. Oder ihr sagt, also ich würde nicht mit Rikofalo unbedingt eröffnen. Sagen wir es mal so. Dann befindste Aura. Eine Unlichtattacke natürlich. Mit 80er Stärke, 100% Genauigkeit. Gegner schreckt eventuell zurück. Wie gesagt, könnte man auch, wenn man einen Terrortyp Unlicht spielt, auch beispielsweise eine gute Attacke. Kehrtwende. Man kennt es, im PvP wird das ja sehr, sehr oft benutzt. Einfach, um nochmal Damage anzurichten. Um halt dann seinen Pokémon auszutauschen. Weil Kehrtwende wird euer Pokémon ausgetauscht. Aber so habt ihr halt, statt einfach rauswechseln. Einfach und Damage auf euer neues Pokémon kassieren. Einfach nochmal Damage gemacht und ihr wechselt raus. Eine ganz gute Option. Lichtkanone. Auch eine Attacke, die ihr dann im Prinzip auch zum Finishing nutzen könntet. Ich sage das mal als Beispiel. Gegner setzen Feen-Pokémon ein. Ihr Terra kristallisiert Stahl. Bam. Und macht dann mit Lichtkanone einfach richtig, richtig guten Damage. Muss man aber eventuell, also senkt auch noch eventuell die Spezialverteidigung des Ziels. Also könnte auch noch gut funktionieren. Das ist im Prinzip mein Moveset, mit dem ich gerne spiele. Einfach in der Kombi finde ich ganz gut. Man denkt relativ viele Typen ab. Ihr habt in der nicht Terra kristallisierten Form auf Draco, Meteor und Finster Aura mehr Damage, weil ihr im Prinzip Drache Unlicht seid. Und wenn ihr halt Terra kristallisiert macht, ihr halt die Lichtkanone zum Beispiel. Option. Ihr solltet auf jeden Fall Fähigkeit Schwebe mitnehmen, weil ihr in der Luft schwebt natürlich und dadurch Attacken von Typ Boden nicht getroffen werden könnt. Das bedeutet auch, wenn ihr zu Terra-Typ Stahl wird, ganz praktisch, resistiert ihr auf jeden Fall schon mal einen weiteren Typen. Und ja, hilft euch damit auf jeden Fall sehr gut. Die EVs solltet ihr auf Spezialangriff und Initiative setzen, weil wir gehen auf den Punkt, dass wir versuchen zuerst anzugreifen oder halt schneller als der Gegner zu sein. Das ist auf jeden Fall unsere Mission. Und Spezialangriff einfach nur, um das Ganze mehr, dass wir halt mehr Damage machen zum Pushen, weil wir ja speziell angreifen. Das Wesen sollte auf jeden Fall eure Initiative ja auch pushen. Ihr seht ja, der Pfeil nach oben rot ist bei Initiative und bei Angriff auf runter, der blaue Pfeil, weil wir greifen ja eh nicht normal an. Wir greifen ja nur speziell an. Deswegen könnt ihr die Initiative so wählen. Ich zeige euch schon mal gleich genau, welches Wesen es ist. Und falls ihr das nicht habt, welche Minze ihr nehmen müsstet. Ja, sonst muss man sagen, natürlich sollten eure DVs maximiert sein. Also wenn ihr hingeht, sollte überall entweder sensationell oder maximiert stehen. Ich kann da nochmal genau zeigen, wie es bei mir aussieht. Aber man kennt das ja. Also im Prinzip so sollte das aussehen, dass alles entweder maximiert oder sensationell ist. So, nochmal kurz zum Wesen, bevor wir zum Item, zum Tragen kommen. Also wie gesagt, das Wesen geht ihr einfach hin und schaut euch, ich glaube die hellblauen Minzen sind das für Initiative. Oder sind sie grün? Ah, Initiative, genau. Hier, grün. Und ihr braucht im Prinzip die Scheuminze oder euer Pokémon ist halt wesenscheu. Aber hiermit steigt die Initiative schneller an und Angriff wird halt langsamer. Aber wie gesagt, wir greifen ja eh nicht physisch an. So, das Item, Leute. Es gibt die Möglichkeit zwischen zwei Stück. Diese beiden könnt ihr in Mesalunda City hier rechts im Boto-Beutelladen kaufen. Hier, also Mesalunda City, da wo eure Akademie ist. So. Gibt jetzt die Möglichkeit zwischen zwei Items. Das müsst ihr aber selber ihr entscheiden, ob was ihr ein bisschen mehr Bock habt. Die Option liegt im Endeffekt zwischen Walbrille und Walschal. Walbrille, ein Item zum Tragen. Diese Brille erhöht den Spezialangriff. Aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Das heißt, ihr könnt damit zum Beispiel sagen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ihr haut als letztes Pokémon Drücke Phalo rein. Und der Gegner kann effektiv zum Beispiel mit Drache angegriffen werden. Dann habt ihr im Prinzip einen Angriff, auf den ihr setzen könnt. Also ihr könnt zwar mehrmals angreifen, aber nur noch Draco Meteor in dem Fall. Und habt aber noch mehr Spezialangriff. Und den habt ihr ja schon generell gepusht, weil ihr auch die EVs auf Spezialangriff haben. Und ihr macht so viel Damage und hofft, dass ihr damit den Gegner so gesehen wegfetzen könnt. Alternativ könnt ihr auch mal probieren, ob man es als Eröffnung setzt. Man Terra kristallisiert zum Beispiel und haut dann einfach mit Lichtkanone den Gegner komplett weg. Wenn ihr Glück habt, einen Gegner hat, nur Pokémon, die gegen Stahl angegriffen werden können. Ist eine Option. Also ihr macht mehr Damage, seid aber auf einer Attacke limitiert. Natürlich könnt ihr raus wechseln und wieder rein wechseln, dann könnt ihr eine andere Attacke einsetzen. Das hängt ja von ab, wie ihr es halt taktisch spielen wollt. Walschalen. Ein Item zum Tragen. Der Schale erhöht die Initiative, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Das heißt, das gleiche Prinzip wie eben, nur, dass ihr hingeht und habt die Möglichkeit zu sagen, ihr greift schneller als der Gegner an, aber habt halt auch nur die eine Attacke zum Auswählen. Aber ihr greift halt zuerst an. Also ist auch eine Option zu sagen, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ihr fangt an und euer Gegner setzt auch Tricke Falo ein und ihr habt Tricke Falo. Der Gegner hat Wahlbrille, ihr habt Wahlschal. Dann dürft ihr mit Drago Meteor wahrscheinlich zuerst angreifen, weil ihr ja mehr Initiative habt als der Gegner. Das heißt, ihr würdet ihn wahrscheinlich mit Drago Meteor blatt machen. Ist eine Option. Deswegen, wie ihr es spielen wollt, es euch wird. Ich persönlich spiele die Wahlbrille. Ich denke eher, ich hau mehr Damage raus, anstatt noch schneller als der Gegner zu sein. Weil ich habe ja auch schon den Initiative-Push durch die EVs und durch das Wesen und hoffe halt, dass das reicht. Ist aber, wie gesagt, probiert es nurfalls aus. Ich meine, die sind relativ teuer mit 100k, ja. Aber ist so ein bisschen, wie gesagt, eure Spielweise, wie ihr drauf Bock habt. Also, soweit sind wir, glaube ich, alles durch. Ihr wisst ja, falls ihr mit den EVs und DVs Probleme habt, Links sind in der Beschreibung zum EV-Training und auch zum DV-Training, falls jemand da Probleme hat. Den Terrortypen ändern ist auch im Video in der Beschreibung, falls jemand ein Problem hat. Wie gesagt, jedes Mal das ins Video reinzubauen, dauert einfach viel zu lang. Und falls jemand schon weiß, braucht er sich das ja nicht angucken. Deswegen habe ich es ein bisschen aufgesplittet. Also, kurze Zusammenfassung. Trigger-Farlow über Level 50 bringen. Terrortyp, entweder Stahl, Unlicht, Drache, Fee würde auch eventuell gehen, natürlich. Itemwahl, Brille oder wahl Schal. Dracometeor, Finster Aura, Kehrtwende, Lichtkanonen als Moveset. EVs, Spezialangriff, Initiative, Fähigkeit, Schwebe. Und dann halt noch, ja genau, DVs auf Max. Und das Wesen, ich habe es wieder vergessen, das Wesen war... und Scheu als Wesen oder halt mit der Minze umändern. Also Leute, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Trigger-Farlow auch so spielt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dennne und ciao.